Okay, Andreas, komm doch bitte mal zu mir. Servus, wie geht's dir? Geht so. Geht so. Andreas, warum trainierst du Kickboxen, Thai-Boxen, Boxen? Ich muss mal was für den Körper machen. Ich bin begeistert, gut zu entspannen, Gartenarbeit, was da abschalten kann, für mich zumindest. Also, ja, um fit zu bleiben, einigermaßen. Um fit zu bleiben. Ja, und wie lange bist du schon dabei? Vier Monate? Fünf. Fünf Monate. Warum gerade bei uns hier im Fight Club? Keine Ahnung. Oh Gott. Hat sich so ergeben, ja. Hab ich mal reingeschaut und hat's gefasst. Dann mach ich's. Okay, alles klar. Weitermachen, Andreas. Dankeschön.